Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Games-Welt-Nachrichten. Ich bin der Piemin und pünktlich zum Wochenabschluss hier um 19 Uhr habe ich wieder vier Themen für euch. Overwatch 2 bekommt eine Closen-Veta, die Gamescom kehrt zurück, Tiny Tina's Wonderlands, das erwartet euch nach dem Release und Insurmountable bekommt ein riesiges Update spendiert. Wenn ihr auch nächste Woche die News nicht verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News! In Overwatch 2 ist aktuell ein Closed-Alpha-Test am Laufen. Aber keine Sorge, bald soll der Online-Shooter auch einer breiteren Masse an Spielern für einen Test verfügbar gemacht werden. Dafür ist aktuell Ende April eine erste PvP-Beta in einigen Regionen geplant. Das Ziel der Testphase sei es, neue Features, Inhalte und Systeme auszuprobieren, sowie den Servern später einem Stresstest zu unterziehen. In der Beta enthalten ist dann der 5 gegen 5 Modus auf vier neuen Karten mit neuem Held- und Ping-System. Des Weiteren gab es noch ein paar Infos zur allgemeinen Release-Strategie. So wird Blizzard den PvP vom PvE für Overwatch 2 trennen. Dadurch soll der PvP deutlich früher als geplant erscheinen, bevor man den PvE-Part weiter verfeinert. Die Gamescom erwartet uns dieses Jahr zwischen dem 24. und 28. August. Was letztes Jahr schon geplant war, soll dieses Jahr endlich umgesetzt werden. So setzt die Messe auf ein Hybrid-Event mit Online-Inhalten und endlich wieder auch der klassischen Messe in Persona. Des Weiteren hat sich die Messe das Motto Gamescom Goes Green groß auf die Fahne geschrieben. Wie es schon im Namen steckt, will die Messe dadurch deutlich nachhaltiger werden. Ziel sei es, dass alle Emissionen des Kernevents zu 100 Prozent kompensiert werden. Dazu werden zum Beispiel Windenergie-Projekte in Brasilien oder saubere Kochöfen in Nigeria unterstützt. Auch als Besucher könnt ihr einen freiwilligen Anteil daran leisten, indem ihr den Ausbau des Gamescom Forest in der Nähe von Bayreuth unterstützt. Weitere Details zur Messe, wie etwa welche Entwickler und Spiele am Start sind, werden noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. In genau zwei Wochen erscheint Tiny Tina's Wonderlands. Nach dem Release wird das Borderlands Spin-Off aber auch weiter mit frischem Content versorgt. Innerhalb des Season Pass bekommt ihr vier große DLC-Pakete spendiert. Jede der Erweiterungen beginnt dabei im Traumschleier-Ausblick, bevor ihr in illusionäre Umgebungen gezogen werdet. Dabei durchlauft ihr fünf Level, um am Ende einen Boss zu legen. Als Belohnung winkten dabei legendäre Waffen, Ausrüstungsgegenstände und weitere Objekte. Zudem liefert euch obendrein das vierte DLC noch eine neue und dann siebte Klasse. Tiny Tina's Wonderlands erscheint am 25. März für die PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series sowie den PC. Insurmountable von Indie-Entwickler Byte Rockers Game und seinem neuen Publisher Daedalic Entertainment bekommt ein großes Update spendiert. Die Version 2.0 des Roguelide-Kletter-Abenteuers der etwas anderen Art erwartet euch dann mit zahlreichen Neuerungen. Am 14. April könnt ihr euch auf neue Missionen, eine brandneue Story und weitere Fähigkeiten freuen. Mit dabei sind zehn bis zwölf Nebenmissionen, die auf prozedural generierte Karten setzen und euch mit wertvollen Belohnungen wie bessere Ausrüstung und Erfahrungspunkte belohnen. Im neu eingeführten Basislager könnt ihr dann permanente Upgrades vornehmen, euch auf die nächste Expedition vorbereiten sowie Dialoge verfolgen, die eine mysteriöse Geschichte offenbaren. Und damit sind wir auch wieder am Ende angelangt bei den Games-Welt-Nachrichten für heute. Wenn ihr am Wochenende nur nichts vorhabt, schaut euch gerne die neueste Folge Insight Coin an und dann hören wir uns am Montag wieder. Habt ne schöne Zeit. Servus! Bis zum nächsten Mal.